Apollyon the Beast. Wie klingt das für euch? Ich glaube, das habe ich schon öfter versucht, aber nie geschafft. Naja, wir erwerten in letzter Zeit genug, Gridia. Moggi, gutes Video. Dankeschön. Gridia Samson. Ich mag Apollyon halt wirklich nicht. Das ist ja ein langweiligster Charakter. Boss Rush fehlt man sich auch noch mit ihm. Das heißt, wenn ich die Gelegenheit habe, stark zu werden und damit eventuell, ich meine, stark zu werden mit Apollyon ist jetzt nicht so gewährleistet, aber wenn ich es schaffe, dann wäre es ganz nett, dann könnte ich eventuell noch Boss Rush mitnehmen. Aber ich mache mir mal nicht zu viele Hoffnungen. Ah, nee, die Longlegs nehmen wir mit. Der Vater Langbein, der muss mit. Nee, nee, ich glaube, Duct Tape. Ich glaube, das ist auch nicht, was ich gerade will. Ich kann, was das mit der Vater Langbein machen wird, da bestimmt nichts Gutes. Eine Bombe, bitte. Keine Bombe, bitte für mich. Da ist eine Bombe. Was meinst du, willst du nicht drei Items für 0,4 Shot Speed einsaugen? Das ist schon sehr verlochend. Den Cube of Meat würde ich an sich auch gerne einsaugen. Ich weiß nicht, wer hat ihn einsaugen. Ich wollte gerade sagen, aber ein bisschen Defensive kann ja nicht schaden, aber... Nee, weg damit. Tears und Shot Speed. Ab. Ist okay. Ist nicht gut, aber ist okay. So, nehmen wir das mit. Ach, wirklich? Ach, wirklich? Den Shot brauche ich auch nicht rein. Ich habe keinen Ge... Ach, da unten liegt ein Soulheart. Da liegt ein Soulheart vom Boss. Sehr schön. Weiter geht's. Ich habe das Gefühl, ich war nicht schnell auf der ersten Ebene. Aber das ist okay. Okay. Äh. Okay. Sicher. Okay. Yeah. Okay. Was auch immer. Äh, der Raum existiert. Ich weiß, die Gegner konnten mir nicht mal Schaden machen oder so, aber... Warum sitzt denn überhaupt da? Es war einfach nur Zeitverschwendung. Au. Fieser Bombenleger. Au, komm schon. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Da bin ich nicht begeistert. Weil es euch gefragt hat, ob ich begeistert bin davon, bin ich nicht. Bin gar nicht begeistert. So, jetzt werden wir den Obsessed-Fan einschlürfen. Ich mag Fly-Items, Bait-To-Boop-Transformation ist ganz gut. Yeah, aber ich denke, das ist Damage ab. Ich denke, das schmeckt mir doch besser. Boah, lecker. Ich habe noch 36% Chance für ein Deal. Das ist also noch nicht alles ausgeschlossen. Der alte Pin-A-Roo-Lunch? Hätte ich mir wahrscheinlich auch so reinziehen sollen. Egal, gehen wir weiter. Wir wollen Boss Rush mitnehmen. Keine Zeit zu verlieren. Wenn ich hier einen Devil-Deal bekomme, kann ich auf jeden Fall auch direkt reinschauen. Weil an dem Punkt ist eh egal, ob ich hier einen Devil-Deal drin war oder nicht. Die Angel-Wahrscheinlichkeit ist dann gleich hoch danach. Prinzipiell wird sie aber nicht zu hoch sein. Da ich jetzt schon den ersten Secret Room verpasst habe und keinen garantierten Angel-D mehr habe. Das heißt, wahrscheinlich werde ich in die Devil-Deals gedrängt hier gerade. Ob es mir gefällt oder nicht. Das ist kein Item, das ich haben will, aber... Vielleicht, vielleicht wird es mir mit der Beute irgendwann was bringen. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Wenn wir mal ehrlich sind. Am wahrscheinlichsten ist, dass es nichts bringt. Wie, da oben ist der Secret Room nicht. Danke, Daddy Long Legs. Wie können die so viel aushalten? Ich habe doch 4,5 Damage. Kann es trotzdem so schwach sein. Danke, Vater Langbein. Okay. Uh, Tearsup. Starkes Tearsup. Dazu sage ich nicht nein. Aktuell habe ich kein gutes Gefühl, was den Boss-Rush angeht in diesem Run, aber... Ist ja noch alles möglich. Ich denke, das ist eine durchaus nicht verkehrte Entscheidung für Apollyon. Welchen Effekt hat das Active Item von Apollyon an passive Items? Wenn ich sie damit einsammle, die werden zu random Stat-Ups und Spacepa-Items. Wenn ich dann, ähm, das Portal nochmal einsetze, setze ich dann automatisch auch das Spacepa-Item einmal ein. Funktioniert dann natürlich nicht mit Items, die... Zum einen in der ungewöhnlich lange Charge-Bar haben und zum anderen in welche, die gar keine haben. Ach, komm schon! So ein Müll. So ein mülliger Müll. Das ist alles, was ich mir Solar-Technisch erkämpft habe, wieder weg. Oh mein Gott. Nicht du. Oh, ich hasse diesen Boss so sehr. Und Daddy Longlegs geht natürlich nicht auf ihn. So nur auf die Kleinen dir beschwört. Noch ein T-S-Up. Ich denke, ich will die Schaufel, oder? Na, fuck. Oh, wir haben noch der... Ach, ne, shit, ich habe aber keine richtige Batterie, die hier rumliegt. Äh, Secret Room war nicht da unten. Vielleicht ist er hier. Vielleicht aber auch nicht. Dem Shop war auch nichts mehr, was wirklich was bringt. Fuck. Ja, dann gehe ich mal weiter, schätze ich. Schaufel für Boss Rush. Ach, du meinst, dass ich eine Ebene skippen kann für den Fall der Fälle? Hm. Ich glaube, das Hauptproblem ist aktuell, dass dieser Run absolut nicht die Stärke hat, die für Boss Rush benötigt wird. So die Sache, die mir am meisten Sorgen macht. Ist ja wirklich hauptsächlich nur der die Longlegs, der Schaden macht hier. Ich bringe nach dem Stand am Poly on Run. Ist ja leider wahr. Ja, der die Longlegs carried absolut, aber... Deswegen habe ich ihn ja auch mitgenommen. Ich habe ihn ja nicht mitgenommen, damit er nichts bringt. Lebt hier noch jemand? Wer lebt denn noch? Oh Gott. Nee, das ist okay. Cornhead ist okay. Vor allem gibt der Cornhead einem eine prachtvolle Glatze. Das heißt, das ist ein Vorteil, den man auch nicht zu sehr unterschätzen sollte. Das heißt, das ist ein Vorteil, den man auch nicht zu sehr unterschätzen kann. Ich weiß ja was. Wir sind hier, um mehr Zeit rauszuholen. Jetzt habe ich ausreichend Zeit, um den Boss Rush eventuell noch zu erwischen. Ich werde zu schwach für den Boss Rush sein, aber... Aber... Ich bin schnell genug. Das ist ja erstmal das Wichtigste. Oh Gott. Ich muss nicht den killen können. Gar nicht mal so stark bisher. Gar nicht mal so stark. Dafür haben wir gute Pillen. Nee, 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 nee. Nee, ich denke, der Ron ist tot. Boss Rush wird das auf jeden Fall nicht mehr, außer wir finden nur ein gutes Item. Oh mein fucking Gott. Was soll ich mit dem Arky jetzt in dem Run? Wenn ich ihn finden würde, das hilft mir auch nicht dabei, Boss Rush zu erreichen. Ah, das ist eine gute Pille. Seht ihr? Ah, Strength Karte. Oh, warte, warte. Ich will jetzt ein Birthright mitnehmen. Da gibt's eigentlich gar keine drumherum. Dass ich damit einfach welche von den Items, die ich bisher gewollt hatte, spawnen lassen kann. Oder eins davon. Das klingt erstmal ziemlich stark. Im Gegensatz zu diesem Run, der ist nämlich ziemlich schwach. Es ist halt wirklich nur Daddy Longlegs, wer hier Schaden macht. Ich mach einfach Null Schaden. Okay. Äh, Lodestone mitnehmen? Ich mein, ich hab Laxet von zwei. Komm, wir nehmen's mit. Ist gut für Daddy Longlegs. Oh, zeitlich sieht das alles nicht gut aus. Wisst ihr das? Sieht überhaupt nicht gut aus. Tatsache, dass ich keinen Zoll hat oder so hab, ist auch nicht gut. Na, fuck. Egal, ich hab jetzt ein Soulheart. Boss Rush ist immer noch möglich. Aus einem Rocket Groot. Frischer Sub. Wie viel lieben Dank. Und Zocker 1, 6, 7, 4 Monate. Resub auch dafür. Wie viel lieben Dank. Okay, ich kann die Karte wieder sehen. Das ist auch schon mal ein kräftiger Anfang. Ein guter Anfang, wenn ich das mal so sagen darf. Ich brauch was Offensives. Ich kann das mal so sagen. Ah, du Biest, wollen wir machen. Fuck. Nein, mein fucking Soulheart. Gott. So, ich hab wieder Soulheart, gute Neuigkeiten. Dann haben wir die größte Scheiße, die es nur gibt, eingesammelt, aber das ist okay. Das ist okay. Dafür hab ich ja, I'm excited. Dabei bin ich schon ein bisschen voller Vorfreude, was das noch alles machen wird. Range down. Noch hab ich genug Zeit für Boss Rush. Luck up. Stark. Mach doch den Haufen. Dankeschön, kaputt. Okay. Kerze. Vielleicht hier noch ein gutes Item. Ja, ja. Damit lässt sich doch arbeiten. Ich mein, es bringt nicht so viel, weil mein Damage komplett fürchterlich ist, aber... Wer weiß, was der Shepes noch alles für uns hat? Und natürlich der Boss Rush. Das ist eine absolute Scheiße. Ne, nimm das da unten mit. Ace of Hearts. Wir brauchen mal die Foolkarte für Boss Rush. Wir brauchen aber die Foolkarte. Beziehungsweise nach Marm, nicht zwangsweise für Boss Rush. Bei Boss Rush kann sie ja wohl auch nicht schaden. Es wird einiges schief, kann ich einfach nur sagen. So, komm, wo ist Marm jetzt? So langsam müssen wir nämlich, äh, sie mal besiegen. Ach, komm schon. So langsam, aber sicher. Oh mein fucking Gott, danke schön. Oh mein Gott, danke schön. Ne, ne, mir gefällt das, was ich aktuell hab, besser. Okay. Okay. Oh, fuck. Ganz sicher, wie ich noch im Range von der Bombe war, aber... Das war ich ganz offensichtlich. Äh... Oh Gott. Oh, das macht keinen Schaden an ihr. Das macht keinen Schaden an Marm. Zeig die dumme Tür hier. Das bringt mir nichts. Oh Gott. Ich bin auch zu langsam für Boss Rush. Kann nicht sein. Dankeschön. Negativ. Weiter geht's. Dr. Fetus. Isaacs Heart. Dingens. Aquarius. Ja, Dr. Fetus will ich an sich auch, aber das Problem ist, ich muss dann über Stacheln laufen. Warum läuft hier keine Musik mehr? Okay. So weit, so gut. Ne, komm, versuchen wir es nochmal. Versuchen wir es nochmal. Oh, okay. Das könnte helfen. Das Problem ist nur, dass es nicht für Boss Rush hilft. Ich bin viel zu langsam für Boss Rush, aber vielleicht auch nicht. Ne, es ist auch echt nicht so stark gerade. Weil der Run gerade generell echt schwach ist. Oh mein fucking Gott. Ne, wir können die Zeit eigentlich direkt ausblenden. Das klappt halt gar nicht. Ich mein, wir haben aber damit dann die Möglichkeit, eventuell The Beast zu besiegen. Auch wenn Boss Rush gar nicht drin sein wird. So, aber wie viele Räume haben wir jetzt noch vor dem Boss? Wie weiß ich, wenn wir mal beim Boss rauskommen würden. Range down. Wie, darauf verzichte ich. Oh mein fucking Gott. Der Sequel zum Ragman. Aber, er kann nicht viel machen, C-Section. Glaub ich. Keine Ahnung. Weiter geht's, komm schon. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich hab, eh, noch hab ich die Hoffnung, dass Boss Rush möglich sein könnte. Das Tears, äh, das Tears und der Shot Speed Up hilft natürlich ungemein. Dann mach ich hauptsächlich der Tears Up Anteil. Oh fuck. Lovers. World. World ist fantastisch. Komm schon, sterben doch mal alle. Wir müssen auf jeden Fall den Goldraum mitnehmen. Im Goldraum irgendwas halbwegs okayes drin ist. Dann sind wir im Spiel. Ich weiß nicht, wie ich dann trotzdem jemals Boss Rush erwischen soll, aber dann sind wir im Spiel. Boss Rush ist eigentlich sehr ausgeschlossen an dem Punkt. Es kommen halt auch nur diese fucking nervigen Räume, die ewig dauern. Oh mein Gott. Natürlich haben sie mir Void leergesaugt. Oh ja, im Kampf gegen Mom kann ich die Bibel einsetzen an sich. Oh mein Gott. Okay. So weit, so gut. So weit, so gut. Ich sollte das Item nicht mitnehmen, aber ich brauche Stat-Ups. Seht ihr? Damage und Luck ab. Das war doch schon mal nicht verkehrt. Oh mein Gott, diese Teile. Oh mein Gott, der war zu schnell. Der gemeine Kerl, der war zu schnell für meine Armee. Oh mein Gott, der war zu schnell für meine Armee. Es ist aber noch möglich. Vor allem, weil ich mal mit der Bibel killen kann. War ein Tinted Rock irgendwo? Oh shit. Das ist ein wichtiges Soulheart. Ich habe gerade das Bärenbrüder-Video gesehen. Es sind Biberbrüder. Und zweitens, was ist das? Ich bin gerade auf dem Weg zum Boss-Rush. Ich kann doch jetzt nicht ein halbes Buch lesen. Okay. Okay. Weiter geht's. Nein. Schau. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich lasse die Karte jetzt mal offen. Beziehungsweise die Zeit und die Karte. Okay. Gute Sache ist, dass C-Section inzwischen auch schon relativ stark ist. Ah fuck. Ich muss... Ich brauche ja noch die Fool-Karte. Jetzt weiß ich, wir sind auf dem Weg zum Boss-Rush. Warum habe ich... Warum habe ich das gewoedert? Wenn ich jetzt Volt nicht mehr aufgeladen bekomme. Ach du meine Scheiße für Mom. Warum habe ich das gemacht? Ich weiß nicht, ob das überhaupt funktioniert, wenn es gewoedert wird. Wahrscheinlich nicht. Da ist die Fool-Karte. Da ist noch ein Raum. Es ist machbar. Ach komm schon. Okay. Es ist machbar. Es ist machbar. Es ist machbar. Es ist machbar. Genau. Negativ. Komm schon. Huh. Was sind denn das für Items? Wollt ihr mich verarschen? Oh mein Gott. Das ist so eine Scheiße. Shard wurde gebufft. Das ist mir egal. Das ist nicht der Run für mich und nicht die Situation, um mich mit Shard of Glass jetzt auseinanderzusetzen. Hätte ich jetzt mal die Mod mit den Boss-Rush-Schwellen installiert. Tja. Ich wollte gerade sagen, mach nicht, was du gerade machen willst. Wo ist das Herz? Da ist das Herz. Aber ja, C-Section zerstört den Boss-Rush und das, obwohl es nicht mal ein starker Run ist. Aber mein Gott. Und das, obwohl ich den Secret Room übersehen habe. Vergesst das bitte nicht. Obwohl ich ihn übersehen habe. Jetzt kann ich fliegen und ich habe einen Beyblade. Ich denke, fliegen zu können ist nicht verkehrt für den Kampf. Ich denke halt, der Biest sollte auch machbar sein. Ist der nachher Polygon eigentlich abgeschlossen? Ah. Shit. Weil es ist doch okay, es ist der Biest. Ah. Shit. Es fehlt noch mein Lieblingsmodus. Au. Er ist ja auch für ganz besonders clever. Er hat ein Doppelherz gedroppt. Das ist doch ordentlich. Apropos Doppelherz. Es gibt doch... Ich glaube, es war irgend so ein... Keine Ahnung, so eine... Medizin-Marke-Zeug. Das kam über den Fernseher und ich dachte mir, ah, shit, ein doppeltes Herz. Das muss das Leben sein. Also keine Probleme mehr. Das doppelte Herz ist einfach... Da kann ja nichts passieren. Aber heutzutage muss ich sagen, ich habe das Gefühl, es würde einem Probleme machen, so ein doppeltes Herz zu haben. Die sind nämlich bestimmt beide ein bisschen verkümmert und nicht so effizient in dem, was sie machen. Ähnlich wie Tainted... äh, wie nicht Tainted, sondern wie Jacob und Esau. Du denkst dir an, doppelter Charakter, das muss ja super sein. Aber nee, 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 es ist wirklich nicht. Die sind sich mehr im Weg als alles andere. Ich denke, die Soul Arts werde ich auf kurzer, lange Sicht verlieren. Aber ist okay. Okay. Wenn einer stirbt, ist der Run rum. Ja. Gleichermaßen läuft es auch mit dem Doppelherz. Ich mache den kleinen Mini-Begleiter, weil ich einmal getroffen wurde. Ich glaube, Shard droppt jetzt öfter rote Herzen. Ich will jetzt nicht der Typ sein, aber das ist jetzt dreieinhalb Minuten her, seit ich Shard of Glass nicht mitgenommen habe. Uh, neuer Locust. Aha. Mom's Pet. Der Oberhammer. Da werden wir echt gute Items rausbekommen aus dem Boss Rush. Naja, Boss Rush hat sich gelohnt, weil ich was freigeschaltet habe, also... Dagegen kann ich nicht viel sagen. Die Item-Ausbeute, aber... Nicht denken... Oh, ah, Your Wizard, das würde ich so gerne nochmal einsetzen. Mein Gott. Die Item-Ausbeute hätte besser sein können. Prinzipiell bin ich zufrieden, weil Unlock. Und kein Planetarium. Äh, wir haben noch zwei Räume. Zwei Ebenen, wo ein Planetarium kommen kann. Und es könnte da unten links vielleicht noch sein. Aber es ist noch alles möglich. Dachte nur eins? Es sind ja noch zwei Ebenen, oder? Also eine, wo wir jetzt einen Boss bekämpfen und dann die eine, wo nur die Notiz ist. Aber Planetarium kann ja in der zweiten trotzdem sein, auch wenn man keinen Boss bekämpft. Oder sehe ich das falsch? Ach, man kriegt direkt die Notiz bei, äh, bei Beast. Okay, dann habe ich es verwechselt mit, äh, Mother. Ja gut, dann... Haben wir trotzdem noch eine kleine Planetarium-Chance. Sonst noch was zu erledigen auf der Ebene? Secret Room habe ich? Ne, komm, wir hauen ab. Hm. Wir hauen ab! Shop? Shop? Im Shop war ich doch. Weiter geht's. Planetarien sind eh fast immer enttäuschend. Ja. So, warte. Was war eigentlich die... Was war eigentlich das halbe Buch über die Bieber-Brüder? Außerdem von Pils lieber. Neun Monate. Re-Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Hab grad das, äh, Bieber-Brüder-Video gesehen. War ein absoluter Banger. Und zum Konzept der letzten Folge, dass die Charaktere sich bewusst darüber wurden, dass es ein Cartoon ist. So ist die letzte Folge von Batman Brave and the Bold aufgebaut. Charaktere erinnern in der Folge teils ihre eigenen Synchronsprecher. Und am Ende wurde Aquaman von Oliver Kalkovi gesprochen. Und alle haben ihn... Wir haben ihn bei seinem Namen angesprochen. Oh, das klingt ziemlich lustig. Das hätte ich bei Bieber-Brüder auch machen sollen. Oh, fuck. Okay. Bringt sie um! Das ist sehr riskant, was ich hier mache. Aber es fühlt sich auch gut an. Dementsprechend machen wir einfach mal weiter. Ich glaube, ich werde meinen Void auffüllen und dann werde ich drüber nachdenken. Oh, danke schön. Äh... Ich weiß, was ich auf jeden Fall beuten werde. War das... War die Black Bean ein Spacebar-Item? Ich hoffe mal nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ach Gott. Geh mir noch nicht auf die Nerven. Geh mir noch nicht auf die Nerven. Da wurde das Unglück gerade noch so abgewendet. Würde ich einfach meinen. Was ist denn? Hm. Terra! Das ist doch okay. Bisschen höherer Damage. Bisschen alles kaputt machen, was wir so sehen. Bisschen von jedem Gegner getroffen werden. Irgendwo müsste noch ein Shop sein. Ah, fuck. Kann ich wenigstens das Herzen wieder finden? Ich muss sagen, die Ebene ist nicht optimal für meinen Build mit den ganzen... Ich habe sehr viele kleine Jungs, die für mich kämpfen. Fällt mir gerade auch. Ich gebe die von dem Item, wenn ich Schaden nehme und dann... Narell. Hm. Restock. Hier komm, das gönnen wir uns. Hier haben wir das. Und das, dann habe ich kein Geld mehr. Aber ich denke, es hat sich gelohnt. Außer im Karottenkopf. 19 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Steinharte Föten. Oh ja. In Terra kann ich auch Secret Rooms aufmachen, glaube ich. Hier sehe keiner. Links vielleicht. Nicht. Da ist definitiv keiner. Hm. Range und Speed Up. Das sind jetzt nicht die Stats, die man sich wünscht, aber gut. Ja. Ich wollte gerade sagen, kann ich den jetzt überhaupt noch da rüber locken, aber spielt ja gar keine Rolle mehr. Ich habe mir meinen Weg ja schon selber rüber gebahnt zu den Schaltern. Oh, ich wollte gerade sagen, die Schildtypen sind super nervig mit dem Bild hier gerade. Und dann kommt direkt nochmal ein Raum mit welchen. Ja. Dann hat er wenigstens ein bisschen Geld für mich. Kann ich noch ein paar Soul Hearts kaufen gehen? Naja eins. Ich brauche noch ein bisschen Geld, damit ich mehr Soul Hearts kaufen gehen kann. Wenn noch jemand was für mich übrig hat. Das würde ich natürlich sehr zu schätzen wissen. Jo, Eternal Heart nehmen wir auch mit. Ein Eternal Heart ist doch auch nicht verkehrt. Jo, dann würde ich sagen, wir sind fertig mit der Ebene soweit. Ich könnte noch die Säckchen mitnehmen. Ich glaube, ich werde mir die Mühe nicht machen, also wenn ich rüber fliege, aber... Da habe ich gar keine Lust drauf. Ne, komm wir machen, wir nehmen sie mit. Tinted Rock irgendwo? Da. Hm. Nicht der ergiebigste Tinted Rock. Da hatten wir schon mal bessere. Wäre komisch, wenn es gehen würde. Hm. Das hat sich auch nicht für mich gelohnt. Na gut, wir haben es versucht. Ich denke, es ist dann an der Zeit, die Ebene zu verlassen. Dann machen wir uns auf den Rückweg. Wo wir auch noch einen Goldraum haben, der auf mich wartet. Aus dem von Vivalry. 24 Monate. Free Sub. Wibi lieben Dank. Ist echt lustig, worüber die streiten. Na komm, geh einfach weiter. Keine Zeit verschwenden. Nein! Ich habe gerade überlegt, wie kann ich da eigentlich noch eine Brücke bauen? Dann habe ich gesehen, dass die Bombe gerade den anderen Stein entfernt. Hast du Tinted Napoleon schon? Ich habe alle Tinted Charaktere frei. Tinted Napoleon habe ich auch ein bisschen was gemacht, aber mit dem normalen Napoleon fehlt halt auch noch Zeug. Tinted Napoleon finde ich auch interessanter als den normalen. Das Hauptsache daran liegt, dass der normale Apollyon einfach... Das ist für mich der langweichste Charakter im Spiel. Ich kann einfach nicht leiden. Diesmal, wenn ich Apollyon spiele, hasse ich jede Sekunde. Außer ich finde es C-Section. Alles ist okay. Woher ich denn den Goldraum ausfasse? Ich glaube, es war der zweite oder so. Es war nicht hier. Es war woanders. Tinted Napoleon ist einer der wenigen Charaktere, die ich noch gar nicht angefasst habe. Tinted Napoleon ist... Er ist okay. Er ist jetzt kein übler Tinted Charakter oder so. Ich würde nicht sagen, dass er zu aufregend ist, aber ich würde sagen, er ist mehr spaßig als scheiße. Au. Was für Tinted Charaktere nicht übel ist. Woher ich den Goldraum ausgelassen? Weiß das noch jemand? Ach Gott. Meine ganzen Soul Hearts. Machst du doch nach noch Greed ja mit Apollyon? Nein. Ich denke nicht, dass ihr nach noch Lust auf einen weiteren Apollyon Run habt. Dankeschön. Ja, bete mal mit uns, Isaac. Hey, das ist doch der Gegner, der den super starken Tinted Lost Run von mir gekillt hat. Ach, das waren Zeiten. Hier müsste der Goldraum sein. Caves 2? Lege ich denn noch in Mom's Bed für Soul Hearts? Ja, das werde ich machen. Ich glaube zwar nicht hier, aber ich will jetzt auch... Ich werde mal noch weiter schauen. Oh Gott. Oh nein. Oh nein, was ist das schon wieder für ein Traum? Nur ohne rote Herzen bekommst du Soul Hearts? Hatten wir die Diskussion nicht des Öfteren und man bekam welche? Ich weiß nicht, ob es bei dem Bett auch der Fall ist, aber... Wir werden sehen. Wir werden es sehen. Warte, wo geht's denn weiter? Da oben links, glaube ich. Hier. Hier sollte ich den Goldraum nicht mitgenommen haben, weil ich keine Schlüssel hatte. Das war eine gute Ausbeute. Sind wir super, Fan? Ja, nehmen wir so mit. Da müssen wir nicht weuten. Ja, ich denke... Äh, okay. Ich meine, ich will mich nicht beschweren oder so. Ich denke nur, das ist ein bisschen... Unerwartet, dass zweimal der gleiche Raum direkt untereinander ist. Oder übereinander. Je nachdem. Jo. Warum nicht? Wie schwer ist im Vergleich zu Rebirth? Oh Gott, Repentance ist so viel schwerer als Rebirth. Wenn man auf Hard spielt. Jetzt nehme ich die Projektile sehr viel schneller. Und generell gibt es viel härtere Gegner und sowas. Rebirth war ja... Das ist ja nur das Tutorial quasi. Okay. Basement 1 haben wir noch. Range down! Wollte grad sagen, dann nehme ich die andere Pille lieber mit. Dann ist mir eingefallen, dass die andere Pille ähm, genau so ne Scheiße ist. Dann dachte ich mir, ich will keine davon. Einfach für das Herz. Ich bin wirklich gespannt, wie die Kämpfe laufen werden. Wichtige Soul Hearts! Leere rote Herzen hast, werden die geheilt. Wenn du volle Herzen hast, bekommst du Soul Hearts? Nö. Ne, in dem Bett werden wirklich nur die roten Herzen geheilt, wie es aussieht. Das hat nämlich gar nichts gemacht. Na, Tier ist ab. Na komm, wir nehmen Tier ist ab. Tier ist aber schwer in Ordnung. Okay. Außer von Kurt Jelsen. 28 Monate. Wie gesagt, wie lieben Dank. Ah ja, der Fernseher ist erstmal dran. Oh Gott. Noch mal ganz entspannt jetzt. Guter Schaden übrigens. Sehr, 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 sehr guter Schaden. Da kann man nichts sagen. Vor allem können wir sagen, dass es nur 8,8 Schaden sind. Dafür geht Dogma wirklich schnell down, aber ist auch C-Sension. Wie schlimm ist das? Hat jemand das Spiel auf Deutsch spielt? Wie schlimm ist das? Ich habe ein, zwei Folgen auf Deutsch gemacht. War ganz lustig zu sehen, manche Übersetzungen. Ich habe das Gefühl, dass einige Sachen irgendwie mehr übersetzt waren, als die übersetzt sein sollten. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So, es läuft ganz gut. Vor allem, wenn die Gegner nicht vor mir abhauen. Vor mir wegfliegen. Ich weiß nicht, ob der Kring um mich herum irgendwas abwehrt, aber ich hoffe einfach mal... Au. Dass er es tut. Was soll das denn jetzt? Hör doch auf die... Ach, Terra hat die Bombe verschwinden lassen. Oh Gott. Der wollte sie mir auch wirklich auf den Kopf werfen. Werden die Beyblades Projektile ab? Oh. Yeah. Ja gut, dann ist es ganz gut, dass ich noch einen geholt habe. Wollen wir jetzt verschwinden, weil die zweite Phase eingeleitet wurde? Hm. Ist die Kamera kaputt? Das sieht komisch aus. Welche Kamera? Was ist das Ziel des Runs? Keine Ahnung. Wir werden mal schauen, was wir nach der Biest noch alles machen werden in dem Run. Vielleicht gehen wir noch zu Isaac. Oh, das wird ein langweiger Biestkampf. Aber, gut ausgewichen soweit. Hasch ist noch drin. Au. Was? Ich wusste nicht, dass die so runterfallen können und einen auf den Kopf fallen. Wusst ihr das? Pin machbar. Kann nicht knapp werden, aber vielleicht. Das sieht doch ganz gut. Puh. Der Worm Friend. Der gefällt mir überhaupt nicht. Was haben wir denn für Boss Rush freigeschaltet? Haben wir für Boss Rush was freigeschaltet? Ah ja. So ein Low-Cost haben wir freigeschaltet. Was eigentlich auch unnütz ist. Weil ich hab... Ich weiß nicht mehr, was man mit dem Mod machen kann. Aber vielleicht kann er irgendwas besonderes. Sicher. Ich hab keine Ahnung. Außer von Schnuschi. Erfrischer Sub. Wie viel lieben Dank. Tended Eve. Nein, wir sind für heute fertig mit Isaac. Jetzt geht's sich. Jungs!